Hallo, in diesem Video zeige ich euch die Weltquest Lei Rennen. Diesmal im Gebiet Sturmheim. Wie in den anderen Gebieten muss ich hierauf ein Mana Segler hüpfen mit der rechten Maustaste und dann die Wolkentierscheinen einsammeln bzw einfach durchreiten. Wie in den anderen Gebieten können euch keine Mobs angreifen während ihr euch auf dem Mana Segler befindet. Somit könnt ihr durch alles durchreiten. Ich laufe hier einfach den Weg entlang. Ihr habt es gesehen, ich war schon hier oben bei 80 Stacks, da war ich sehr schnell unterwegs. Ist ne ganz einfache Weltquest. Jetzt sieht man es, dass ich einfach an den Mobs vorbeilauf, ohne dass was passiert. Wir sind schon bei 90%. Hoppala. Das dürfte 95 sein und mit der Wolke dürfte die Weltquest fertig sein. Jetzt dauert es ein bisschen und ihr werdet zurückgeportet zum Ausgangspunkt. Hoffe ich konnte euch helfen. Tschüss. Tschüss.